Oh, wie eckig! Scheiße! Unser erster Postkampf! Wuhu! Was muss man noch machen? Ähm, was muss ich denn machen? Ach so! Ah, einfach nur warten! Ah! Mädchen, rennt doch mal weg! Ach so, er wirft Sachen auf uns! Steck doch deinen Scheiß! Ah! Der Endschlag! Und Ron rette den! Wie in dem Film auch! Ah! Dreck! Oh! Natürlich, das war auch kaputt. Löffel abgeschossen, freies Spiel freigeschaltet. Wir sind kein wahrer Zauber, das weiß ich schon. Geschichte vor und klitzen. Denn wir spielen weiter. Und das war unser erster Kampf. Puckballs! Ja, ich spiele jetzt auch ein bisschen weiter. Diesen Teil spiele ich vielleicht. Wie nenne ich das? Ich werde mir schon was einfallen. Was Spezielles auf jeden Fall. Weil das mache ich ja nicht jedes Mal. Okay, das war gruselig. Ich werde ein paar Zauber lernen. Ich werde ein großer Zauberer werden. Und gegen den Namen des Mondes töten. Bestrafen. Aha! Ach, wie geil sieht das Lied? Geil! Wie heißt der Zauber? Ja, ich hatte schon gelernt. Wie heißt denn der Zauber? Ach man, ich will irgendwie jetzt doch nicht mehr spielen. Hab eins gefunden. Wir müssen jetzt ganz viele Teile finden. Um es da einzufüllen. Und ich feiere das echt. Ich mag diese Melodien. Diese Disco. Hallo! Hallo! Eine Spinne! Ah! Was ist das Zauberer aus? Was? Steht das da auch? Natürlich steht es da nicht. Natürlich nicht. Achso, ich muss doch noch der... Ich denke mal, man muss das nicht mehr machen. Muss man es doch noch machen. Danke Freunde, dass ihr es noch erhält. So. 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 Äh. Ach, das reicht schon. Komm, das reicht. So. 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 Gibt mir jetzt diese Scheidstere. Vielleicht kann er noch da bleiben? so. 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 Auch muss nicht öfters öfters raufkommen. Anscheinend schon. Nein! Ach man die Toten. Ich muss. Okay. Nächstes Mal handle ich. Ganz, ganz schnell. Ach. Nein. Nein! Anni, der ist geschafft! Komm, das geht doch schneller! Ich dachte, die verschwinden! Geschafft! LUMUS! Alle wieder vergessen! Jeden Zauberflug vergessen! Golde Steine! Drei Stück! Ne, vier Stück! Und fertig mit dem Unterricht! Wir können diese Scheiße verlassen und weg! Und schau dir, wenn einer noch einen Zauber gelernt ist! Und kein weiter! Woanders hin! Und was ist hier? Ich gebe mir diesen Typ mehr! Danke! Zauberflug! Zauberflug! Was ist? Zauberflug! Ich muss das kurz hinlegen! Zauberflug! Zauberflug! Ah! So, jetzt haben wir die nächste... ...Sever-Sneike. Und wir lernen einen neuen Zaubertrank, mit dem man stärker wird, damit man nicht so stark wie Hagrid braucht. Nein, da kann man jetzt ganz normal... Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich. So. Und damit kann man einfach ganz normal Sachen betätigen. Ich bin total konzentriert, deswegen labere ich Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will und sage einfach irgendwas. Okay. Den lassen wir so. Nein. Du behaltest den immer. Nein, du behaltest immer noch den. Sie nimmt dann den her und er nimmt dann diesen Zauberspruch. So. Ein bisschen geteilt. So. Nein, ey. So, type mir das. Okay, jetzt brauchen wir einen Knochenarm. So. So, müssen wir natürlich hier. Oh, ey. So. 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 und ich glaube ich bin immer kurz das spiel und machen eine pause und ihr könnt so lange diese vielen folgen gucken die im moment ich bedanke mich für jeden der es gerade anguckt und ich hoffe ihr bleibt mir ich hoffe ihr mögt das projekt und wir sehen uns und schreibt herr grübermann viele kommentare dass er mit mir das spiel spielen muss ja ich will dass er mit mir dass man das zockt vielleicht heute dann noch was von ihnen ja was 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 wolltest du egal wir sehen uns ciao